Achso, man kann hier hoch. Ich dachte grad, hä? Wie soll dat funktionieren? Alf's Brew. N-Tasty. Alf ist so süß, ich mag den. Oh, ich sehe, ja jetzt ist es ein Mienchenies. Wie geht die denn? Ey, da hättest du doch super draufdrücken können. Ist ja okay! Super. Okay, hätten wir ja schon mal Fläschchen. Aber hier ist kein Geheimgang. Da oben stehen zwei Slicks. Schön. Ups! Ist ja okay. Ich hab das mit dem Timing noch nicht. Boah, wie ist das denn getimed hier am Anfang? Oh mein Gott. Ich glaub, eigentlich kann man hier durchrollen. Das hab ich auch, glaub ich, beim ersten Mal gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier für Probleme hab. wieder zu spät. Boah, alter. Okay, zu weit. Alles, wenn wir springen, ist schon mal ne ganz gute Idee. Schön reingesprungen. Ja. Ist gut, Abe. Ich bin wieder zu spät, aber ich krieg Korze. Ach komm, Alter. Nicht so nah. Nicht so nah. So. Ist ja zu spät. Oh, ich könnte kotzen, ey. Ich glaub, das reicht dann hier rein. Springen. Genau. Wunderschön. Ach man, warum springst du denn rum? Drehst du dich dann rum? Ja. Der kriegt das mit? Wann kriegt der das mit? Okay. Okay. Hm. Diesmal hat er es nicht mitbekommen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die das nicht sehen. Das ist ja mal ganz gut hier. So, kriege ich dich von hier? Bist du aus? Nee, der geht nicht aus. Pisser, ey. Ja, auf jeden Fall sehen wir da unten den Alf, wie er gerade sein Schildchen putzt. Und wie der Slick da gerade noch was trinkt und wie die ganzen Schnapsleichen da rumliegen. Und ich finde dieses Soulstorm-Blue-Schild im Hintergrund, das beleuchtete richtig geil. Gut. Ähm. Dann. Machen wir Strom aus. Und dann retten wir mal den Alf, ne? Was ist denn jetzt passiert? Irgendwas ist explodiert. Hallo. Hallo. So, dann retten wir mal den kleinen Mann. Das Coole ist jetzt halt, der hat so seine eigene Bahn und wir müssen ihn jetzt nach Hause leiten. Okay. Hm. Alf ist tot. Ist das so? Ho. Mann. Oh. Ha. Ho. 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 Ich hab da ein ganz kleines Zeitfenster. Ach, spring doch mal, du Pisser. Oh, jetzt hab ich auch gespeichert. Komm, 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 komm. Dankeschön. Halt! Nichts machen. Okay, das war schon mal ganz gut. Das war eben Glück, dass er den nicht erwischt hat. Wuh! Ai! Okay. Uh oh. Entschuldigung. Dezent unter Druck stehen wir hier. Okay. Super. Ah, da hätten wir ihn schon mal... Guten Tag. Oh, oh. Ich hab das nicht gesehen. Tut mir leid. Okay, wir müssen jetzt hier anscheinend... Hiermit arbeiten. Auf jeden Fall mega nice. Okay. Upp. Ah, ok. Gehen wir noch ein bisschen weiter weg. Nicht, dass du hier mit in die Luft fliegst. Und weiter geht's. Okay. Jetzt gleich haben wir ein bisschen Zeitdruck wieder. Dezent Zeitdruck. Weil hinten kommt nämlich eine schöne Fleischsäge. Entschuldigung. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Ja.